Und somit herzlich willkommen bei South Park. Rektakuläre Zerreißprobe. Wir sind das letzte Mal hier stehen geblieben und sollen jetzt zu unserer lieben Bürgermeisterin, wenn ich mich jetzt nicht täusche, gehen wir dann auch natürlich rein und schauen mal, was sie von uns möchte. Hallo junger Mensch, ich bin die Bürgermeisterin von South Park. Du freust dich sicher hier zu sein. Nein. Also hör zu. Du kannst mir vielleicht helfen. Diese neue Verbrechenswelle in der Stadt, das ist kein Zufall. Irgendeine Gruppe oder irgendjemand will mich in Verruf bringen. Je mehr Verbrechen es gibt, desto mehr Leute fordern meinen Kopf. Wer auch dahinter steckt, will, dass ich abgelöst werde. Ich brauche Leute wie dich. Bitte finde heraus, wer hinter der Verbrechenswelle in unserer Stadt steckt. Meine politische Existenz hängt davon ab. Sagen Sie alle meine Termine heute ab. Sie haben heute keine Termine, Ma'am. Hervorragende Arbeit. Weiter so. Wollen die denn jetzt was von uns? Vielleicht, wenn die Bürgermeisterin dir folgt. Achso. Gut. Das heißt, wir sollen jetzt die Welle da verhindern. Schauen wir mal. Wir müssen noch zu ihm. Zu ihm waren wir schon. Kuhnversteck. Wendy. Haben wir hier irgendwo in die Richtung. Gehen wir erstmal zum Kuhnversteck. Ich meine, Kyle und Eric, wie der auch hieß. Eric. Eric. Eric wollte was von uns. So. Gehen wir erstmal raus. Erstmal wieder klarkommen. Bei den letzten Aufnahmen ist mir aufgefallen, dass meine Stimme ein bisschen leiser war. Das liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Stimmaufnahme ein bisschen leiser gemacht habe, weil immer gesagt worden ist, ich bin zu laut. Jetzt auf einmal ist mir selber aufgefallen, dass es ein bisschen zu leise war. Das wollen wir jetzt aber heute mal ändern. Kriegen wir den runter? Und dann hoffe ich mal, dass diesmal die Aufnahmen ein bisschen besser werden. Ja. Achso, hier wollte ich ja hin. Genau. So. Das ist schön. Ich sollte hier unten, glaube ich, hin. Läuft gut, Wunderarsch. Wir sehen uns. Ruf mich, wenn du schnell von A nach B-B-B musst. B-B-B-B muss? Ruf mich, wenn du schnell von A nach B-B-B-B. Ruf mich, wenn du schnell von A nach B-B-B musst. Wie oft willst du das noch sagen? Oh, du tust mir so leid manchmal. Fick dich, Mom. So, du wolltest was von A nach B-B-B. Ruf unschlagen. Ähm. Jetzt. Das so. Was hast du gefunden, Super Craig? Auf B-B-B's Handy sind ein Haufen Notizen. Irgendwas über ne Frau, die Infos über das Verbrechen, die er in der Stadt hat. Welche Lady? Hier steht nur, findet die Frau mit dem Penis-Tattoo. Welche Frau ins Hausbar hat ein Penis-Tattoo? Ich weiß nicht, Moskito. Aber die Freedom Pals glauben wohl, sie führt zu der verschwundenen Katze. Wenn die Freedom Pals sie vor uns finden, bekommen die die 100 Dollar Belohnung? Das dürfen wir nicht zulassen. Wir müssen das Freedom Pals-Franchise unbedingt verhindern. Und zwar sofort. Dann müssen wir die Frau mit dem Tattoo heute Nacht finden. Blitzfreak hat recht. Wir wirst uns heute Nacht aus dem Haus schleichen und die ganze Stadt absuchen. Was meinst du? Bist du dabei? Nein. Hör mal, wenn du zu Conan Friends gehören willst, musst du lernen, wie man kommuniziert. Ja, wer hat den Typ überhaupt eingeladen? Leute, chillt mal. Er hat es nicht leicht. Als er sechs war, hat sein Dad seine Mom gefickt. Mom? Was? Sorry, sie mussten deine tragische Hintergrundgeschichte erfahren. Ich wollte doch aber nicht. Wunder auf keinen, weil sein Dad seine Mom gefickt hat und er es nicht verhindert hat. Ja. Das ist völlig unlogisch. Ich weiß. Wie kann dein eigener Vater deiner Mutter sowas antun? Cartman, der Dad von jedem fickt die Mom von jedem. Hä? So läuft das, Idiot. Unsere Dads haben unsere Moms gefickt. Ach so. Dann hat dein Dad also auch deine Mom gefickt, Kyle. Ja, mein Dad hat meine Mom gefickt. Deswegen gibt es mich. Ich klau ihm seine Hintergrundgeschichte nicht. Du bist so verdammt dämlich. Jeder Mensch auf der Erde, jeder, hatte einen Dad, der seine Mom gefickt hat und... Halt, halt! Das spielt jetzt im Moment keine Rolle. Wir müssen die Lady mit dem Schwanz-Tattoo finden. Ja, gehen wir nach Hause und bereiten uns auf unsere Nachtmission vor. Los geht's, Kuhn-Freunde! Er ist so ein verdammter Idiot! Schon gut. Ruhig, Blut. Tut mir echt leid, dass die anderen so rücksichtslos sind. Leute hassen, was sie nicht verstehen. Hiermit ernenne ich dich zum vorläufigen Sidekick. Geh nach Hause und schleich dich später raus. Weitere Infos folgen. Kostüm ablegen. Jetzt bin ich wieder ein normaler Junge. Ich wusste gar nicht, dass ich dieses... Alles blau erbte. Man merkt echt, Silvester waren wir nicht gerade da. So, wo sollen wir jetzt mal nach Hause? Wo war mein Zuhause? Ich laufe ein paar Häuser weiter. Mords bei. Führe noch ein paar letzte Tests durch. Die Kite-Seilen fassen zu Hauptsachstraße. Versand. 1550. Bist du überhaupt auf die Idee, mit dem Vertrauenslehrer zu sprechen? Wieso gehst du ans Telefon? Hast du deinen Scheißverstand verloren? Unser Kind wollte zum Vertrauenslehrer gehen. Ist dir das etwa völlig egal? Und du hast ihm die Wahrheit erzählt? Nein, das kam überhaupt nicht zur Sprache. Du dumme Schlampe! Du versaust uns noch alles! Sowas muss ich mir von einer zugedrönten Kiffnase nicht anhören. Ich muss was trinken. Klar, ertränk deine Probleme im Chardonnay, du blöde Fotze. Oh, hallo mein Schatz! Hast du schön draußen gespielt? Nein. Ich bin ziemlich müde. Ich geh dann mal langsam ins Bett. Essen steht auf dem Tisch, wenn du willst. Aber dann gleich ins Bett, okay? Geh' nach Hause. Säuferin! Geh' nach Hause, zurück bin ich. Geh' in das Haus, bin ich. Esst zu Abend. Tue ich. Oh Gott. So einsam möchte doch keiner was essen. Geh' in dein Zimmer. Mach' ich später. Nichts drinne. Mom! Das Essen hat nicht geschmeckt! Mom! Hey, guck' doch, guck' da. Oh, wird schon wieder ein Brownie raus. Da war mein Zuhause. Hi, Fisch! Achso, ja, ich hab' hier auch noch was bekommen. Powerpombs. Powerpombs. Zwie-Licht-Glocken. Batterien. Oh, Falken-Bemalung. Können wir nachher mal angucken. Oh, ein bisschen mehr als sonst. So, können wir eigentlich auch nochmal angucken, ganz kurz. So, Kostüme. Ähm, wo war das Gesicht, glaub' ich? Achso, da sollten wir erstmal die Maske abmachen. Kopfbedeckung. Machen wir mal ohne. Achso, ja, die Haare, die hat das Gesicht noch färben. Das steht ihm überhaupt nicht. Stern hat man da auch nicht so ganz gesehen. Kostüm nochmal. Ich bin zu schnell. Ich finde, der sieht aus wie ein Waschbär. Das würde genau die Haare machen, ne? Bleiben wir bei dem hier. Gesundheit-Katze. Gibt's irgendwelche... Ich bin Batman. Ich bin Batgirl. Ich bin ein Typ mit einem Monocle. Harry Potter. Das geht überhaupt nicht. Was haben wir sonst noch? Neue Kopfbedeckung? Ah, ne. Das ist, glaub' ich, das Kostüm. Das wollen wir aber nicht passend machen. Na gut, wir haben ja was mit Feuer, hä? Feuer hat aber kein Kopf, hä? Ich bin der König der Flammen. Ich mag die Mütze irgendwie, ich weiß nicht wieso. Haben wir denn irgendwelche neue Artefakte bekommen? Ich glaub's nicht. Gucken wir mal. Ne, hier sind die beiden Besten noch. Und neues Craft. Ähm, da, Crafty. Was hatten wir das hier? Das ist erst Rang 4. Stufe 13. Das wird auch nicht besser. 28. Ich muss sie ja alle erst mal aufbauen, ne? Plus 1. Ich muss erst klarkommen damit. Das war der hier, Stufe 30. Jetzt hab' ich den. Also ich, die, die, die stehen die Zahlen, also dahinter. Ja, ich bin manchmal schwer zu Begriff. Hier muss ich drauf achten, also. Das heißt, hier unten sind erst welche. Das heißt, hier oben lohnt sich also nicht, du wirklich. Kostüme, kann ich da irgendwas Neues machen? Oh, ich hab' genug. Oh, machen wir mal. Wir haben's ja. Du, 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 du. Hey. Ich hab' grad' gehört, wir haben's doch. Mütze haben wir noch nicht da. Wunderarschanzug. Wunderarschanzug. Wir haben sogar einen Spezialanzug. Und Schicksalsanzug. Wunderarschanzug. Wunderarsch. Wir haben echt'n eigenen. So, gucken wir mal. Da. Wunderarsch. Wunderarsch. Und Handschuhe waren da noch, hä? Das sieht aus wie so'n Schlafanzug, wo niemand sehen soll, wie er aussieht. Äh, niemand wissen soll, wie er aussieht. Das ist viel zu früh, Leute. So, was ist das? Hitzewellenhandschuhe. Wir gehen wieder zurück zum anderen Kostüm. Wo war das? Ähm, Jesus. Und Mr. Coolman. Ach, nee. Entschuldigung, wir hatten das Feuerteile. Joa. So, und wir sollen jetzt was machen? Ab ins Bett, oder was war die Geschichte? Schatz, ich will nur, dass du eines weißt. Was immer passiert. Deine Mami liebt dich. Gute Nacht, Schätzchen. Fick dich, Mom. Die Nacht bricht an. So sparkly. Sie bringt Fieslinge hervor. Doch zum Glück entspringt der Nacht auch noch was anderes. Der Kuh. Es ist dunkel. Entkomme mal aus dem Haus. Du willst gar nicht, nicht umziehen, ne? Achso, geht's auch schneller. Gut. Dann machen wir das. Dann drücken wir ab sofort M. So. Entkommen aus dem Haus, wurde gerade gesagt. Tappen, die ihr würdest, wird dich zum vermöglichen Aufenthaltsort des Mädchens mit dem Schwanz-Tattoo führen. Darf ich ihn ins Gesicht furzen? Wir wollen dir eigentlich entkommen. Oh. Warte. Wo ist der Schlüssel? Ah! Und war einer hier. Nein! Bleib draußen! Bleib draußen! So. Keine Angst, vor dir steht Captain Diabetes! Captain Diabetes! Ja! Ein waghalsiger Gentleman mit super Diabetes-Kräften! Wow! Das war ich ein stinknormaler Grundschüler, doch dann hat ein Laborunfall aus meinem Diabetes übernatürliche Kräfte gemacht! Okay, Sidekick! Es gibt eine Verdächtige, die vielleicht was über die verschwundene Katze weiß. Mir nach! Captain Diabetes! Okay, Sidekick, hier geht's zu Kyle! Es geht gleich weiter. Kleinen Moment. Das war nicht. Ich weiß es. ass Kleinen Moment. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich bin wie Bruce Banner, ein Einzelgänger, der hofft, eines Tages seinen Diabetes loszuwerden, obwohl das mein Ruhestand bedeuten würde. Das freut mich für dich. So, wir sollen dir jetzt folgen? Oh, ist das langweilig, so vorbeizulatschen. Kann man nicht irgendwas zwischendurch machen? Blöde Schlampe! Wie gefällt dir das? Oh ja! Ich bin Käpt'n Diabetes und das ist mein treuer Zeitkick. Oh, okay. Macht mal Platz, ich muss mir noch ein paar Bierchen holen. Tut mir leid, aber in diesem Zustand können Sie nicht Auto fahren. Ich bin quasi nüchtern, okay? Ich verfisst euch! Hey, gib mir meinen Schlüssel! Das wäre unverantwortlich! Mir geht's gut, okay? Guck mal, warte! Mir geht's gut, okay? Mein Schlüssel, bitte. Wir können ihn morgen wieder haben! Gib mir den scheiß Schlüssel, du Kackbratzer! Besiege Randy! Ich kann nichts tauschen, oder? Du wirst es drauf anlegen? Na gut! Vorsicht, Zeitkick! Auch geschwächt ist dies ein gefährlicher Feind! Ach ja! Beschwerzt? Bin ich ne Olive? Beschwerzt! Was haben wir da? Bin ich heute blind? Wieso zeigt er da? Achso, ja. Sollte ich aber trotzdem machen, ne? Ach, deswegen kann ich nicht machen, weil er da im Weg ist! Oh, fick die Wand, ey! Tut mir aber leid. So, was kannst du? Was ist vorher? Stoß? Ne, in die andere Richtung, hallo? In die Richtung geschwacken. 36, 62. Die müssen dringend zu den anonymen Alkoholikanten. Oh, ach ja, meine Frau braucht Damensachen, also. So, was Sie, Warneschauten? Genau sowas. Das braucht aber jeder eigentlich. Scheiße, brenne ich immer noch? Ne, ich würde die das gegenwirkippen. So, jetzt kann ich den Rückstoß-Kombi, und dann müsste das eigentlich klappen, ne? Boah, zu spät oder zu früh, weiß ich nicht. Ja, schwer, zu groß. Ja, ich geh mal zur Seite, ich will mal das ausprobieren. 18 mit Stand. Und was macht der andere? Ach, hier hat er 26. 36. Ich dachte, wir sind in Amerika. Sind wir da, oder? Dann los, Diabetes. Ohne hinzufallen? Wow. Sekunde, wie lange stehe ich schon in Flammen? So, wie es aussieht, nicht lang genug. 43. Das war schon wieder zu früh. Physischer Schaden, das Beste. Ich mach sie fertig. Ich kann nur das. Das ist zu meiner Beste. Jetzt hab ich ein Schild der Schaden absorbiert. Jetzt gibt's Sauris. Ich bin brandgefährlich. Ich bin nüchtern, okay? Ich bin, okay, okay. Jetzt bin ich nüchtern. Und gegen elf sollten sie nüchtern genug zum Autofahren sein. Irgendwo ist es immer elf. Irgendwo ist es immer elf. Schlepp ihn hier! Ähm. Was lohnt sich jetzt? Der Schlag? Kein Rückstoßkombi? Hier ist, glaub ich, ein Rückstoßkombi. Das machen wir. Obwohl, da muss auch ein Rückstoßkombi sein. Das war zu früh. Tatsächlich. Ja, das ist das Einzige, was richtig Sinn macht gerade. Scheiße. Ich drück einfach den falschen Knopf, vermute ich. Normal schlag ich keine Kinder, aber langsam krieg ich Lust drauf. Na gut. Ich war zu betrunken. Bis jetzt. Danke. Danke, dass ihr auf mich aufpasst. Jetzt gib mir den Schlüssel. Tut's mir weit. Ich bleibe bei meiner Einschätzung zu ihrer Fahrtüchtigkeit. Fuck! Maximale Kraft nutzen. Oh ja. Wie soll ich das seinem Sohn erklären? Gute Nacht, Mr. Masch! Du hast gewonnen! Ah, ein 40er. Ab in die Eier. Warte, kann ich auch? Ne, das Auto kann ich nicht treffen. Warte mal, wir hatten jetzt hier Artefakte. Ein 40er. Die Bierflasche. Plus 4? Es bleibt sich alles gleich. Abkürzung durchs Kite-Versteck! Kite ist gerade auf einer anderen Mission. Wir sind auf uns allein gestellt. Gehen wir der Sache auf den Grund. Hier? Achso, doch nicht. Wo willst du mit mir hin? Nach oben? Achso! Wer schließt denn sich eigentlich immer ein? Das ist Humankinds Geheimversteck. Fürze machen mich glücklich. Der Kuhn sagt, meine Mom hat bei meiner Geburt geforscht. Und deshalb habe ich Diabetes. Die Abkürzung führt durchs Fenster. Wenn ich ein Geheimversteck hätte, würde ich ein bisschen mehr putzen, wenn ich Supergäste erwarte. Er hat uns nicht mal die Leiter runtergelassen. Doch! Super Arbeit, Heilkik! Diese Abkürzung führt uns direkt ins Herz von Downshause. Oh, berührt von einem Engel. Hier stimmt noch irgendwo was. Ach, da ist noch eine Tasche. Was hat das für einen Sinn? Hat das irgendeinen Sinn? Oh, Mensch. Ich will mal was wissen. Das ist doch nicht sinnlos, das Ding hier. Doch. Wie es aussieht schon. Du, dann lassen wir es an. Ist ja nicht mein Strom. Der furchtlose Held und sein Zeitkling stürzen sich in die dunkle Nacht, bereit, das Böse zu bekämpfen und der Stadt den Frieden zu bringen. Du glaubst nicht, dass ich Diabetes habe, weil meine Mutter während der Geburt gefurzt hat? Es kommt mir vor, als hätte der Kuhn das erfunden, um Käpt'n Diabetes zu verunsichern. Wie du siehst, ist South Park Nacht ein völlig anderer Ort. Wir müssen ins Peppermint-Hippo, auf zum Steckplatz. Hier ist nichts anderes. Warte, da komme ich ins Taku rein. Taku. Nee. Dann folge ich dir mal. Oh Gott, ich glaube, mein Morgenschiss ist jetzt schon im Anmarsch. Ich lauf durch die Flasche. Das ist mir keinemals. Ich kann auch nicht durch. Das ist alles abgeschlossen. Ich liebe Burnham County. Einfach die beste Band der Welt. Oh, der hat mir geholt, der Film. Ich bleib flachlegen lassen. Also, ich wund... Ach, scheiß drauf. Ich lass einfach laufen. Wie wäre das gesagt? Mein Zuckerzorn ist hier genau das Richtige. Was? Was geht los? So viel Zucker. So viel Zucker. So viel Zucker. Oh Gott, das war zu viel. Noch Insulin. Insulin, schnell! Und jetzt bin ich wieder der Alte. Wie du siehst, habe ich die Kontrolle über meinen Diabetes perfektioniert. Los, hier lang! Yay! Party, 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 party! Merken wir uns mal. Die grünen Dinger kann er also kaputt machen. Ach, das ist der... Wir kamen nicht auf die Bühne! Erinnerungsbären. Können wir nichts machen. Ist auch nichts. Ist auch nichts. Ist auch nichts. Hier ist es! Hier werden wir die Frau finden! Mach dich auf unappetitliche Gestalten und einen Haufen Titten gefasst! Komm, lass uns reingehen! Nehmen wir mal den einfachsten Weg. Hey, kommt wieder, wenn ihr volljährig seid! Titt zur Seite, Bürger! Ich bin Käpt'n Diabetes! Ich muss mit den Ladies da drin reden! Macht eine Fliege, bevor ich euch rausschmeiße! Ich glaube mal, hier können wir nichts tun. Es gibt immer einen Hintereingang. Es muss noch einen anderen Eingang gehen. Ich habe ihn schon gefunden. Da geht's rein! Jetzt müssen wir nur noch da hoch! Gut mitgedacht! Jetzt müssen wir nur noch irgendwie da hoch! Komm her! Ich habe eine Idee! Oh, natürlich! Zur Seite, Sidekick! Das ist sehr ungesund, Junge! Nach... nach dir! Gerne! Gerne! Ah, das fühlt gut! Ach, die Klooddinger, die mag ich nicht. Geschafft! Die Ladies! Ah, das fühlt gut! Hey, bist du ein Kobold? Jupp! Ein sehr kleiner Kobold! Oh, ich möchte den runterschießen! Oh ja! Das geht! Eee! Nehmen! Herrensoße! Wann, dann fähr ich dich anfurzen? Sie drängen mich doch nicht so! Zieh mal besser! Ist sonst nichts mehr, oder? Boah, ey, ey! Puzzies! Noch mehr Puzzies! Ich habe wirklich... äh... Rhythmus! Aber... keine Sorge, Sidekick! Wir sind Superhelden! Wir kriegen das hin! Eine dieser Ladies weiß das über die verschwundene Katze! Aber welche? Hier ist der Plan! Wir müssen uns jemand suchen, der mit uns ins VIP-Zimmer kommt! Wir treffen uns dort, wenn du wen gefunden hast! Okay, Leute! Jetzt haben wir etwas ganz Besonderes für euch! Applaus für Destiny!